Alexandra Delly, 23 Jahre alt, aus Portland, USA, studiert an der Akademie für Mode und Design in Hamburg. Mode war schon immer ihre Leidenschaft. Doch sie hatte aufgrund der unsicheren beruflichen Aussichten zunächst gezögert. Warum hat sie dann doch ein Studium begonnen? Weil ich älter geworden bin und ein bisschen mehr erwachsen und dann mich endlich getraut habe, das zu machen, was ich wirklich machen wollte. Das Studium an der Akademie Mode und Design ist in sieben Semestern aufgebaut. Man bekommt am Ende einen Bachelor of Arts. Man hat technische Zeichnungen, Fächer, Computer, Fächer in Photoshop, Illustrator. Man macht Schnittentwicklung, man macht modische Darstellungen. Modedesign ist auch ein Fach, auch sogar Fertigungstechnik. Also das wird entworfen sowie umgesetzt. Hier sind Beispiele meiner Arbeiten, entstehenden Arbeiten über die vergangenen Semestern. Einmal hat man hier, das ist das dritte Semester bei mir gewesen. Da sind einmal die Entwürfe, die Stoffmusterungen, Stoffproben. Hier ist das Fotoshoot, das macht man auch selbst. Das muss man also das einigen selbst überlassen, wie man das umsetzt und darstellt und Fotograf und Models finden. Und das kommt immer in den Lookbook rein. Das ist auch quasi eine Voraussetzung, dass man dieses Lookbook und die Bilder dazu macht. Doch nicht jeder kann Modedesigner werden. Schon die Ausbildung ist stressig. Welche Voraussetzungen muss man eigentlich dafür mitbringen? Du musst sehr hartnackig sein. Du musst sehr belastbar sein. Das ist unglaublich unvorstellbar stressig, jedes Semester. Da ist wirklich viel zu tun. Wir sitzen nicht nur im Mundzeichen. Man ist wirklich von morgens bis abends in die Uni und das können auch einige nicht. Also diesen Stress abkönnen ist sehr wichtig, dass man sehr gut mit Stress umgehen kann. Modedesign studieren zu können braucht man natürlich Talent. Lustigerweise ist das nicht unbedingt die Voraussetzung. Also es gibt halt zwei verschiedene Leute. Es gibt die Leute, die es gut designen können, aber vielleicht nicht so gut umsetzen können. Und die Leute, die halt nicht so gut designen, aber nach dem Ende sehr gut was umsetzen. Wirkliche? Wirkliche? Vielen Dank.